Bewegt, herzlich danke ich allen Koblenzern für diesen so freundlichen Willkommen. Auch am heutigen Tage, an denen die preußische Rheinprovinz zusammen mit der preußischen Staats- und der Reichsregierung die nunmehr vollzogene, fällige Räumung von vieler Behaltung mit Staat und Reich gegeben, gilt von der ersten Sitzung, die viel nochmals erlangt, bleiben zu sein. Wir gedenken die Trauer der Toten, die in ihren Vaterland fielen. Wir erleben noch einmal in Erinnerung, das große Leidens, dass diese Todzeit in Weihnachten ist, ein Geheimnis der Welt und auch verlegt hat. Wir gedenken aber auch an die ganze Befriedigung, der gewissen Ausgleichsbewegung, und die Geheimnis der Welt und die Bundeskanzlerin, der auch die Menschen in der Welt und die Ausgleichsbewegung, die Welt der Welt, für die Menschen die in den letzten Jahren, die Jäsen der Welt und die Ziele, die verbrechendende Elemente verbrauchen, heiliges Gebiet, auf der Schlachterag, durchs aquiben, und sich mit mehr Menschen, und sich mit mehr Menschen, und sich mit mehr Menschen, mit mehr Menschen, die Menschen die von der Welt und die Menschen, die von der Leidens, die von der Leidens, die von der Leidens und der Welt, Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.